wann geht der endlich oder der ich muss mal gehen tango ich habe gedacht guten morgen erst einmal ich werde solche videos solche laber videos durch brand videos einfach mal sonntag morgens droppen nicht unbedingt jeden sonntag morgen aber wenn ich einen droppe wenn ich einen droppe das klingt jetzt irgendwie so nach so ein geschäftchen was man eigentlich was ja hoffentlich schon heute erledigt habt ich komme vom thema aber wir wissen dass das konzept also erst mal nimmt ein heiß getränk eures geringen misstrauens und dann fangen wir mal an über das thema ein bisschen zu deklamieren also ich deklamiere ihr müsst zuhören den rest könnt ihr dann bloß in den kommentaren ergänzen ja kennt ja ich noch nachtgedanken das war früher was mit coolen kampf ja wie auch immer also das sind jetzt heute meine morgen gedanken machen wir es einfach mal so wann geht er endlich es gibt ja so gelegenheiten da ist man manchmal über seine freunde erstaunt wenn man so denkt doch wir treffen uns auf dem film und ein bisschen gelaber und es wurde abend und es wurde morgen und die sonne fängt schon langsam an ihre strahlen über den hügel und so weiter ist also 4 uhr und ich habe es dann schon so gemerkt auf meiner seite kann auch daran liegen dass wir alle nicht jünger werden aber dann kommen zu den momente wo wenn jemand mit dir geredet wo du plötzlich so ein stroboskop wo du plötzlich merkst dazwischen mir fehlen zwei sätze ach das haben wir die augen zugeflogen das ist ja jetzt peinlich aber da gab es auch mal für morgens um vier ist die welt nicht mehr in ordnung oder irgend so was in der art und weise er das interessante ist nur wenn es keinem auffällt es geht weiter und weiter und zum glück hat man ja noch andere freunde die dann eben so langsam in richtung den ausgang suchend drängen und man lernt ja aus solchen sachen nicht bloß da nicht bloß das dass man dann seine planung von von solchen events dass man die ja bisher zeitlich flex gestaltet das eben dann auch der nachfolgende samstag im orsch ist weil also das ist auch komisch bei mir manche können das ja ich hatte auch so ein studienkollegen der kannte konnte dass das der konnte halt dann um fünf ins bett gehen hat dann zehn stunden schlafen knallhart 15 uhr aufstehen kann ich nicht vor allem wenn es dann hell wird man hat immer so dieses vier off missing out sagt man das ja heute also dieses ich verpasse ja was also ist der held draußen im winter ist wurscht und bis dunkel und wenn du aufstehst 15 uhr schon wieder drei viertel dunkel geht also ist das keine deswegen der samstag ist auch noch im arsch was macht man da ja gut also es gibt diesen festen time out aus der informatik wir kennen ja das mit präemptiven multitasking und kooperatives multitasking das kooperative nicht funktioniert und das präemptiv mal und ein zahlen definieren ich habe von gelernt es funktioniert ich sag irgendwann zum zwölf und zwei schmeiße ich raus spätestens sorry habe morgen noch was zu tun klappt einwandfrei one wall free wie der amerikaner sagt wenn er kein englisch könnte das doofe ist und dann wird man langsam ab ist selbstkritisch dann habe ich mir gedacht sag mal in meiner jugend also es ist ein zwei monate her da haben wir auch lange spieleabende gemacht da bin ich aber eigentlich auch ewig lange geblieben bin ich denen auf den sack gegangen damals aber ich glaube damals war man auch nicht so kritisch vielleicht hat man es damals auch direkt gesagt so was nix du magst früher oder sowas in der art also ich schließe es raus weil ich wurde dann auch wieder eingeladen also ein bisschen feedback loop danach da wird man wird man im lauf der jahre ein bisschen vorsichtiger ich kann mich noch erinnern mein opa selig wie man heute so schön ist einer wie man früher ich sagte der hat sich mal mordsmäßig aufgeregt aber erzählt die zum kaffee eingeladen zum abendessen sondern die immer noch da gesessen hat also schwab deswegen hat das gar nicht anders gesagt aber was natürlich ausgedrückt hat das ist ist allerdings schwierig zwischen schwaben und bayern mittag mittag und nachmittag und zum kaffee also ich habe da völlig die orientierung verloren weil für mich mittag ist 12 nun wie in dem guten western wir haben das denn früher die indianer darf man ja noch sagen ich habe schon die indianer und die cowboys der ausmacht duell mittags und dann fängt dann der bösewicht an ist es jetzt der schwäbische mittag mister indianer oder ist es der bayerische mittag oder ist es nachmittag oder treffen uns zum kaffee mit ein paar mit der bisselle bleizusatz also da war es aber die haben sich dann wenigstens so weit einigen können wenn die sonne sind wir da den großen hügel und so weiter das windrad berührt war doch windräder gab es der man da das ist ja wie in diesem hervorragenden film spielen das lied vom tod dieses windrad wo das wasser dann fördert wie auch immer ich bin wieder komplett vom thema abgekommen ist aber wahrscheinlich ganz normal und wenn er neu auf dem kanal seid dann müsst ihr euch daran gewöhnen läuft halt hier so ich habe keine ahnung mehr wie ich angefangen habe doch ich habe noch eine ahnung genau ging ich den damals auch schon auf ich glaube nicht aber man kann daraus lernen und jetzt kommen wir zu diesem teil wo ich euch als auch noch etwas erkläre fürs leben ich nenne ihn den ich muss jetzt gehen tango den kammer beobachten manchmal man kann auch zelebrieren wenn dann vielleicht auch bei mittelgroßen veranstaltungen so die ersten anfangen ja ich glaube müssen jetzt gehen und ich habe so diese trockene antwort nur müsst ihr nicht das ist dann auf jeden fall mal die dieses diese handshake bei tcp ipad gibt es diesen three-way handshake und der handshake funktioniert so soli g nach von mir aus nett aber der andere kann dann immer noch sagen aber wir haben und dann kommt der vorgeschobene termin weil wir wissen ja alle egal was da kommt es ist im prinzip eine priorisierung priorisierung heißt es ist wie mit dem manager denn die zeit hat da gibt es den spruch der manager hat zwar nie zeit wenn er aber irgendwie eine affäre mit seiner sekretärin in den termin plan noch rein wurschteln muss dafür wieder zeit finden also da ist es ist nur eine frage der priorisierung also aber ist auch okay also ich bin da relativ pragmatisch wenn jemand in irgendeiner veranstaltung irgendwie zu erkennen gibt dass er jetzt auch nur kein bock hat mehr das ist finde ich auch ganz wichtig das ist auch glaube ich ich weiß nicht wie ihr das haltet ein ganz wichtiger grundsatz den ich immer habe wenn ich heute einlade dann die kennen mich alle ich brauche keine ausreden ich will nicht dass jemand da sitzt da sitzt oder was auch immer tut seuf und frisst weil er denkt er müsste da sein findet er aussieht oder sagt einfach mir ist heute nicht danach das ist mir ist heute noch danach ist ein bisschen die vornehme davon habe keinen bock aber quält euch nicht echt nicht gilt natürlich andersrum auch wenn ihr merkt dass ich mich quäle dann wird schön wenn ihr so langsam ja der ich muss mal gehen tango geht natürlich auch andersrum als betroffener wenn man wozu besuch ist man kann auch manchmal ganz trocken fragen er sagt zwar schon bescheid wenn ihr öffnen und sagt gehen manche machen es dann eher unsubtilt dann anfangen keine getränke mehr anzubieten oder dieses dieses so dieses erkennt es so ist ein sehr kräftiges wort es gibt es auch bei bedienung ich glaube damit immer das mal gesagt wenn dann der service wurde er steht ich weiß noch bedienungs mensch noch sagen darf keiner bin auf dem stand und dann so dieses was heißt heute getränke bestellt man kommt bringt die getränke dankeschön und danach gewissen zeit also es geht immer so und dann sagt er sorry rechnung bitte so wieder bei dem so und das gibt es auch auf gastgeberseite dieses dann wenn es mal kurz ruhig wird dieses aufstehen schon oder halb andeutendes aufstehen oder mit dem stuhl zurück und so du könntest jetzt gehen ist okay also das ist also man weiß auch dass man noch genau den punkt erwischt hat wo man den abflug macht ja ist manchmal schwierig aber ich glaube nur so als könnt ihr ein bisschen was dazu sagen ist ich finde das möglich immer eine interessante geschichte ab wann man den leuten auf den sack geht oder wann sie einem auf den sack gehen weiß wie war das mit dem besuch ist wie viel schwänder so lang da bleibt dann stinkt da und ich habe es auch schon mal gehört dass leute krasser drauf sind als ich das mir geht es jetzt nicht so aber ich habe schon von anderen gehört die sagen also ich habe ich lade mir schon gern leute einer wenn sie weiter da sind ist er ja gern wieder los sehe ich jetzt eigentlich habe jetzt so vielleicht ist das aber irgendeine art von besonderer heute darf man ja gar nicht mehr psychischer krankheit sagen sollte heute ist das ja irgendwie eine mentale besonderheit die manche leute haben sie jetzt nicht so aber spätestens dann ich glaube da können uns auf einigen wenn der gastgeber am jetzt nicht schon so am anfang aber ja wenn der tag schon wieder dem morgen sich entgegen neigt und der gastgeber dann entweder pflichtschuldig fragt wohl zu einem kaffee bevor es nachher aufsteht dann wäre es vielleicht an der zeit ja das zu hinterfragen weil so wie ich es kenne ist es also dieser unverhoffte morgenkaffee von einer nicht geplanten übernachtung auf der couch der das gibt sich normalerweise anders und nicht unbedingt labernd da ist es auch ein schöner übergang dann irgendwie sagen wisst ihr was mir gehen jetzt aber ich glaube da können wir das nächste mal dann dann machen wir einen neuen termin das führt dann auch dazu dass dieser three way handshake dann noch mal wiederholt wird und man kann dann auch das ist jetzt ein tipp wenn ihr gast seid also jetzt nicht bloß so merkt man rennt mag schwind zum nachbarn weil man schön labern will aber wenn es eine formale einladung gab dann hat auf jeden fall mal jemand sich die mühe gemacht und hat was geschrieben und wenn wenn jetzt der meinung war und das war cool das machen wir noch mal war auch eine lange nacht schreibt doch einfach eine e mail als antwort auf die war wieder cool freuen uns auf nächstes mal anrede irgendwas weil denkt immer daran ihr seid manchmal auch zu faul irgendwie e mail zu schreiben denke ich mal und da hat sich jemand die mühe gemacht leute zusammen zu und wie auch immer vielleicht einen termin zu finden vielleicht ja auch noch verlegen oder leute hin und her und fragen vielleicht was wollte es sowas in der richtung hat sich die mühe gemacht und am ende überlegt sie mal das sind sie zur tür draußen haben ihren direktor gelassen und dann kommt nichts mehr man nimmt ja meistens an dass alle einen guten abend haben aber und das ist auch in meiner welt durchaus okay zu sagen du vielleicht soll man den nächsten mal einen anderen pizza service oder irgend so oder sowas in der art oder auf die nette art und weise die getränke waren scheiße ich glaube ich wieder was eigenes mit also es gibt es gibt ein paar subtile oder unsubtile möglichkeiten so einen party abend damit feedback zu versehen aber ich hoffe fast dass man leute die man so gut kennt dass die einem sich an die nacht mit einem um die ohren schlagen dass die mal sagen können so sorry aber das gesift ist kostet saffert hatte ich auch schon übrigens es ist wobei mehr den leuten ist jetzt dann jetzt dann gerade der comedy faktor kann ich noch schön erzählen hauptsache noch schön zeit trinkst du noch einen schluck oder geht es zur koffe maschine ich habe ist das werbung wir immer irgendeine cola und zwar im regal ihr wisst das merken ja mal schwere zeiten alle in der krise und da war nicht alles immer da und sie ändern ja auch manchmal etikett und ich hatte ich glaube es war pepsi net coke aber wurscht und da habe ich die cherry erwischt ich glaube es war pepsi cherry light und sowas und es hat irgendwie auf dem etikett einfach nur für mich ausgeschaut immer so im vorbeigehen zwar nicht so viel da ich hätte immer zeit nehmen können das hat irgendwie ausgeschaut wie normal und dann kennt ihr den moment um irgendwas sich ein gießt und dann einen schluck nimmt und wenn die welt so komplett phasen verschoben zu dem ist was man erwartet dieses was ist denn das jetzt habe ich spuckt und wo war das furchtbar vor allem war es wahrscheinlich extrem furchtbar war ich was ganz ganz anderes erwartet habe und dann habe ich hab mal hingestellt leidt also ikos netz auffahrt als ich kipps jetzt weg mag es einer von euch und plötzlich kommt da gab es dann leute mit begeisterung des das wurde der running gag dann auf den nächsten veranstaltungen posten was von den kreis liegen das jott ist also das ist jetzt der totale insider dann aus aus fehlern dann spaß haben gut ihr seid mit einem heiß getränk gut durchgekommen denke ich mal ich wie gesagt ich weiß nicht aber wie regelmäßig dass ich hinkriege aber so als als guten morgen gelaber ist es doch vielleicht mal anders was anderes als euch in den schlaf zu labern ich hoffe er konsumiert das dann auch so das erwarte ich dann schon weil ich ja schon von einigen auf meinem anderen hauptkanal also auf einem anderen kanal kommen hat den hauptkanal manchmal sind kommers wichtig irgendein klug scheiß hat es wahrscheinlich kommentar ergänzt da habe ich aber den längeren videos auch schon die kommentare gehört dass leute das immer zum einschlafen benutzen und ich habe ja auch schon wecker integriert das brauchen wir zu retten weil es hat sehr wach wie sau sehe ich euch ja also bis zum nächsten video servus